Herzlich willkommen zum Hitzetag hier bei PöllTV. Bei uns schmelzen heute die Preise und sonst gar nicht. Und ich sage Prost auf den Sommer. Erfrischend ist das nicht möglich. Was hier definitiv fehlt, egal ob im Wasser oder in anderen Drinks, ist mal ein ordentliches Stück Eis. Nur jetzt sag mal, ihr habt keine Möglichkeit. Ihr müsst erst nur Tankgefahren und Eis besorgen, oder was? Ja, wenn du das machst, dann zahlst du erstmal durch, also auf Englisch sagt man immer durch die Nase, also viel Geld. Und bist dann zu Hause, bist es die Hälfte schon geschmolzen. Na super. Und dann hält es eine Stunde, dann musst du wieder los. Wir haben eine Eiswürfelmaschine für Sie. Das ist unglaublich. Superschick. Die können Sie einfach mal nach draußen dann auf den Tisch stellen. Und die macht Ihnen Eiswürfel aus ganz normalem Leitungswasser. Du brauchst kein destilliertes Wasser, nichts Besonderes. Und dann drückst du da drauf. Ist das nicht irre? Das ist cool. Ja, guck mal hier. Jetzt sieht das Moment. So sieht das doch direkt schon mal ganz anders aus. So schmeckt das jetzt natürlich. Und so schmeckt der Sommer. So schmeckt der Sommer. Ja. Den kennen Sie vielleicht. Hier kommen alle acht Minuten kommen neun neue Eiswürfel dazu. Das heißt, es ist den ganzen Tag für frische Eiswürfel gesorgt. Und dann kann man diese Getränke eben kalt, wie sie gemeint sind, genießen. Ganz, ganz einfach hier Wasser rein tun. Also es ist wirklich super einfach von der Bedienung. Hier oben haben Sie drei Knöpfe. Da können Sie die Größe der Eiswürfel einstellen. Also klein, mittel und groß. SML, ja. Und dann hast du hier eben dieses erfrischende Getränk den ganzen Tag über, ohne das Haus verlassen zu müssen. Viele haben ja auch diese Eiswürfelformen, die man im Frierschrank tut. Wenn die alle sind, dann musst du mal ein paar Stunden warten, bis die wieder voll sind. Hier haben Sie konstant, ständig frische Eiswürfel. Ist super erfrischend, ne? Die sind riesig. Ja, wenn ich mir die selber mache mit so einer Eiswürfelformen, die sind viel kleiner. Und das dauert auch immer, ne? Bis man die dann hat. Wir schauen mal auf Völl.de, was wir heute besparen. Es ist nämlich unser Hitzetag. So, 253 Euro knapp aktuell bei den Kollegen von Völl.de. Aber wir haben jetzt hier unseren Hitzetag und das bedeutet, bei uns schmelzen die Preise. Ich hatte es Ihnen angekündigt. Deswegen dürfen wir Ihnen diese Eiswürfelmaschine für knapp 200 Euro just in diesem Moment anbieten. Das ist natürlich mal eine richtig ordentliche Preisersparnis. Und der Sommer hat ja gerade erst angefangen. Und ich denke, es wird auch in den nächsten Jahren immer wieder einen Sommer geben. Und zwischendurch mal ein paar Eiswürfel in einem Drink. Egal ob hier Softdrinks oder andere Geschichten. Ist natürlich mal eine richtig coole Angelegenheit. Wenn ich mir überlege, dass man mitunter, also allein schon im Supermarkt für so eine Tüte Eis, so 2,50, 3 Euro, so was? Für was? Für Wasser? Für gefrorenes Wasser. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Und dann bringst du es nach Hause und irgendwann ist die alle, dann musst du wieder in den Supermarkt. Dann habe ich da lieber so eine Maschine hier. Da fülle ich ein bisschen Wasser nach. Warte ein paar Minuten und dann habe ich richtig, richtig ordentliche Eiswürfel in der Größe meiner Wahl. Ja, schau mal wie hier. Vielleicht Eiskaffee oder so. Das sieht doch super. Auch lecker, oder? Ja, super lecker. Eiskaffee, eine Eisschokolade. Da sind ja der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Auch mal so einen schönen Sekt oder einen Hugo oder so was. Cocktails kann man natürlich damit machen. Ein schöner Mojito ohne Eis geht gar nicht. Ohne Eis geht gar nicht. Hier gehen 1,8 Liter drin. Da haben Sie ganz, ganz lange was davon. Und hier können Sie dann eben jederzeit Wasser nachfüllen. Also kinderleicht von der Bedienung. Einfach hinstellen, Wasser rein, anmachen. Und Sie haben den ganzen Tag, das ganze Wochenende, den ganzen Sommer immer frische Eiswürfel. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, alle acht Minuten kommen neun neue dazu, wenn Sie die benutzen. Das heißt, es ist konstant den ganzen Tag für frische Eiswürfel gesorgt. Ich finde das spitze. Wenn ich an mein Eisfach denke, da habe ich immer so einen Rack mit Eiswürfel drin. Ich weiß nicht, das sind 4x6 oder irgendwie sowas. Wenn die leer sind und ich fülle da, ich mache da neue Eiswürfel rein, dauert es mit Sicherheit mehrere Stunden, bis da mal neue Eiswürfel überhaupt im Ansatz entstanden sind. Das ist auch immer eine Sauerei. Das ist immer eine Riesensauerei. Weil wenn man das Wasser da so gerade... Ich fad immer über. Hier ganz einfach nachfüllen und schon hat man nach acht Minuten die nächste Handvoll Eiswürfel. Und so kann das den ganzen Tag und die halbe Nacht lang weitergehen. Das ist genau das richtige Utensil, was Sie für den Sommer brauchen. Egal, ob hier jetzt Gartenparty oder mal der coole Drink zwischendurch. Damit behält man definitiv einen kühlen Kopf und spart auch noch das Portemonnaie. Denn wir haben diese Eiswürfelmaschine für gerade mal 200 Euro für Sie heute. Portemonnaie und Versand kostenfrei geliefert. Ab Lager übrigens, das muss man auch noch dazu sagen. Und das mit der NC 3722 und der 569. Wir genießen jetzt mal einen richtig schönen Sommerfrig. Auf den Sommer! Yeehaw!